I am a mom. Your eyeballs will up with pressure. So terrifying. Cati Venta Creepypasta Traumdeutung von John Collier Ein junger Mann betrat das Sprechzimmer eines bekannten Psychiaters, an den er folgende Worte richtete. Herr Doktor, retten Sie mich? Selbstverständlich, antwortete der Seelenspiezellis zuvorkommend. Dafür bin ich ja schließlich da. Aber Sie können es nicht, rief der junge Mann heftig erregt. Sie können es nicht. Nichts kann mich retten. Jedenfalls wird es nicht schaden, sagte der Psychiater beschwichtigend, einmal darüber zu sprechen. Er winkte dabei kaum merklich mit den Händen, sah den jungen Mann mit einem etwas öligen, einschmeichenden Lächeln an, und ehe dieser wusste, wie ihm geschah, sah er das Gesicht voll beleuchtet in einem tiefen Armsessel und sprudelte seine Geschichte hervor. Mein Name ist Charles Rottifach, erzählte er. Ich bin bei einem Wirtschaftsprüfer angestellt, dessen Büro sich im obersten Stock dieses Wolkenkratzers befindet. Ich bin 28 Jahre alt, noch unverheiratet, aber verlobt. Meine Verlobte ist das liebste und beste Mädchen der Welt, schön wie ein Engel mit herrlich goldblondem Haar. Ich erwähne das, weil es für meine Geschichte von Bedeutung ist. Das ist es in der Tat, sagte der Psychiater. Gold ist das Symbol für Geld. Wie ist Ihre Einstellung zum Geld? Trennen Sie sich ungern davon? Sie sagen zum Beispiel, dass Sie in einem Büro angestellt sind. Haben Sie von Ihrem Gehalt beträchtliche Ersparnisse gemacht? Ja, antwortete der junge Mann. Ich habe ein ganz hübsches Sümmchen gespart. Bitte fahren Sie fort, Mr. Rottifach, sagte der Psychiater wohlwollend. Sie sprachen von Ihrer Verlobten. Später werde ich Ihnen zu diesem Thema ein paar ziemlich intime Fragen stellen müssen. Und ich werde Sie beantworten, gab der junge Mann zurück. Es gibt in unserer Beziehung nichts, was ich verheimlichen müsste. Jedenfalls einem Psychologen gegenüber. Zwischen uns herrscht voller Harmonie und alles an ihr ist so, wie ich es mir wünsche. Vielleicht bin ich auf Ihre kleine Angewohnheit beim Sprechen etwas zu viel zu gestikulieren. Das werde ich mir notieren, sagte der andere und kritzelte etwas auf einen Schreibblock. Es ist absolut unwichtig, sagte der junge Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich es erwähnt habe, es sei denn, um Ihnen einen Begriff von Ihrer Vollkommenheit zu geben. Aber, Herr Doktor, ich habe einen Traum gehabt. Vor 38 Nächten. 38, sieh mal an, bemerkte der Seelenarzt sich die Zahl notierend. Sagen Sie mir ganz offen, haben Sie als kleines Kind vielleicht eine Kinderschwester oder Lehrerin oder eine weibliche Verwandte gehabt, die zufällig 38 Jahre alt war und dergegenüber sie Komplexe haben könnten? Nein, Herr Doktor, sagte der junge Mann, aber dieser Wolkenkratzer hat 39 Stockwerke. Der Psychiater musterte ihn mit durchdringendem Blick. Und fällt Ihnen bei Form und Höhe dieses Gebäudes irgendetwas ein? Nein, sagte der junge Mann störrisch. Ich weiß nur, dass ich geträumt habe, ich wäre außerhalb unseres Bürofensters in der Luft und viele hinunter. Sie fehlen, sagte der Psychiater die Augenbrauen hebend. Und was empfanden Sie in diesem Augenblick? Ich war ganz ruhig, antwortete der junge Mann. Ich stelle mir vor, dass ich mit normaler Geschwindigkeit fiel, aber mein Geist schien sehr schnell zu arbeiten. Ich konnte in Muße nachdenken und mich umsehen. Die Aussicht war prachtvoll. In einer Sekunde war ich bei den Zielsteinen zwischen unseren Fenstern und denen des nächsten tieferen Stockwerks und dann wachte ich auf. Und dieser einfache, harmlose, völlig normale kleine Traum hat an ihrer Seele genagt, fragte der Psychiater in Scherzen am Ton. Nun, mein lieber Herr, einen Augenblick, unterbrach ihn der Besucher. In der folgenden Nacht hatte ich denselben Traum und fiel mir eine Fortsetzung davon. Ich fiel mit ausgebreiteten Armen und Beinen, sehen Sie, so, an den Zierstein vorüber und blickte in das Fenster des darunterliegenden Stockwerks, das auch zu unserer Firma gehört. Ich sah meinen Freund Don Straker von unserer Steuerabteilung an seinem Schreibtisch sitzen. Er blickte auf. Er sah mich. Sein Gesicht nahm einen höchst erstaunten Ausdruck an. Er machte eine Bewegung, als wolle er aufstehen. Zweifellos wollte er zum Fenster stürzen, aber verglichen mit mir bewegte er sich unbeschreiblich langsam. Ich weiß noch, dass ich dachte, er wird zu spät kommen. Dann fiel ich weiter, bis zur Trennlinie zwischen diesem Stockwerk und demnächst tieferen, und dabei wachte ich auf. Nun ja, sagte der Gehirndoktor, was haben wir hier? Ein Traum wird in der folgenden Nacht wieder aufgenommen. Das kommt sehr häufig vor. Möglich, sagte der junge Mann, aber in der nächsten Nacht fiel ich an der Trennlinie zwischen diesem Stockwerk und demnächst tieferen vorbei. Ich befand mich jetzt in halb liegender Stellung, das eine Bein leicht angezogen, wissen Sie, so. Ja, ja, sagte der Psychiater, ich verstehe schon, Sie brauchen es nicht zu demonstrieren, um einer hätten Sie meinen Aschenbecher umgeworfen. Entschuldigen Sie, sagte der junge Mann, ich fürchte, ich habe mir das von Maisie angewöhnt. Maisie ist meine Verlobte. Wenn sie etwas beschreiben will, was sie gemacht hat, dann spielt sie es einem vor, wie ein Schauspieler. An dem Abend, an dem sie mir erzählte, wie sie auf dem vereisten Pflaster der 72. Straße ausgerutscht und hingefallen ist, haben wir uns verlobt. Na ja, wie gesagt, ich fiel noch ein Stock bergtiefer und sah mich nach allen Seiten um. Die Hügel von New Jersey sahen herrlich aus. Eine hochfliegende Taube begleitete mich ein Stückchen, dann legte sie sich in die Kurve und scherte aus. Unten auf der Straße konnte ich die Leute erkennen, oder vielmehr ihre Hüte, dicht an dicht wie schwarze Kiesel an einem Strand. Und auch während ich hinuntersah, wurden ein paar von diesen schwarzen Kieseln plötzlich weiß. Ich bemerkte, dass ich Aufsehen erregte. Sagen Sie mal, Sie scheinen ziemlich viel Zeit zum Nachdenken gehabt zu haben. Hatten Sie eine Erinnerung daran, wieso Sie überhaupt fielen? Ob Sie sich zum Fenster hinausgestürzt hatten oder abgerutscht waren oder was sonst? Das weiß ich wirklich nicht, Herr Doktor, sagte der junge Mann. Es sei denn, dass mein letzter Traum, den ich letzte Nacht hatte, etwas Licht in die Sache bringt. Da habe ich mich fast ständig nur umgesehen und dabei fiel ich natürlich immer schneller, aber dafür dachte ich auch schneller. Ich versuchte, an etwas Wichtiges zu denken, denn ich wusste ja, dass es meine letzte Gelegenheit war. Zwischen dem 17. und 16. Stock machte ich mir zum Beispiel Gedanken über die Demokratie und die Weltkrise. Mir schien, dass die meisten Leute insofern einen großen Fehler machen, als vielleicht haben wir im Augenblick lieber bei dem Erlebnis selbst, sagte der Gehirndoktor. Gewiss, sagte der junge Mann. Im 15. Stock blickte ich ins Fenster und wirklich, ich hätte nie geglaubt, dass es so etwas gibt, wenigstens nicht in einem Büro. Und am nächsten Tag, Herr Doktor, habe ich rein aus Neugierde eben diesen 15. Stock einen Besuch gemacht und festgestellt, dass dort eine Theateragentur ist. Ist das nicht eine Bestätigung meines Traums, Herr Doktor? Beruhigen Sie sich, sagte der Psychiater. Alle Firmen in diesem Gebäude sind auf der Namenstafel im Erdgeschoss verzeichnet. Sie haben zweifellos eine unbewusste Erinnerung daran und die haben Sie geschickt in Ihren Traum eingebaut. Nun ja, sagte der junge Mann. Von da an richtete ich meinen Blick mehr nach unten. Ich blickte nur rasch im Vorüberfallen in die Fenster, aber meistens sah ich nach unten. Mittlerweile waren zwischen den dunklen, kieselartigen Hüten große weiße Flecken entstanden. Sehr bald konnte ich deutlich Hüte und Gesichter unterscheiden. Ich sah zwei Taxis beim Ausbiegen zusammenstoßen. Aus dem wirren Gemurmel der unten stieg der Schrei einer Frau zu mir auf, der, wie ich fand, nur zu berechtigt war. Während ich in liegender Stellung weiter fiel, meinte ich, bereits Schmerzen in den Körperteilen zu spüren, die zuerst unten aufschlagen würden. Ich wälzte mich also auf den Bauch, wissen Sie, so. Aber das war noch grauenhafter. Ich richtete die Beine abwärts, aber da taten mir die Füße weh. Ich versuchte, mit dem Kopf voranzufallen, damit es rascher zu Ende wäre. Aber das war auch keine befriedigende Lösung. So drehte und wandte ich mich hin und her. Sehen Sie, so. So beruhigen Sie sich doch bitte, sagte der Psychiater. Sie brauchen es nicht zu demonstrieren. Entschuldigen Sie, sagte der junge Mann. Ich habe mir das von Macy angewöhnt. Setzen Sie sich, sagte der Psychiater, und fahren Sie fort. Die letzte Nacht, sagte der junge Mann verzweifelt. Das war die 38. Nacht. Da müssen Sie bis hierher gekommen sein, sagte der Psychiater. Mein Büro liegt im Zwischenstock. So ist es, rief der junge Mann, und ich fiel mit furchtbarer Geschwindigkeit hier an diesem Fenster vorbei. Ich blickte hinein, Herr Doktor. Ich habe Sie gesehen, so deutlich, wie ich Sie jetzt sehe. Mr. Rotifer, erwiderte der Psychiater mit bescheidenem Lächeln. Ich komme sehr häufig in den Träumen meiner Patienten vor. Aber da war ich noch nicht Ihr Patient, sagte der junge Mann. Ich wusste nicht einmal, dass es Sie gibt. Ich wusste nichts von Ihnen. Bis heute Morgen, als ich nachsah, wem dieses Büro gehört. Ach, Herr Doktor, ich war so erleichtert, als ich sah, dass Sie kein Theateragent sind. Ah, und wieso waren Sie erleichtert, fragte der Spezialist verständnisvoll, verständnislos. Weil Sie nicht allein waren. In meinem Traum, meine ich, eine junge Dame war bei Ihnen, eine junge Dame mit schönem goldblondem Haar. Und sie saß auf ihrem Schoß, Herr Doktor, und hatte die Arme um ihren Herz gelegt. Ich habe fest geglaubt, hier wäre auch eine Theateragentur. Und ich dachte, was für ein schönes goldblondes Haar, genau wie Macy's Haar. In diesem Augenblick wandten sie beide das Gesicht zum Fenster. Sie war es. Macy. Meine Macy. Der Psychiater lachte sehr herzlich. Mein lieber Herr, sagte er, können Sie völlig beruhigt sein. Aber trotzdem, sagte der junge Mann, packte mich heute Morgen im Büro eine unerträgliche Neugier, der fast unwiderstehliche Drang, aus dem Fenster zu springen, bloß, um in dieses Fenster hineinzusehen. Sie hätten zu Ihrem Leidwesen gesehen, sagte der Psychiater, dass keinerlei Grund für Ihre unbesonnene Tat vorlag. Da Ihre Verlobte keine Patientin von mir ist, kann sich bei ihr auch nicht das vollzogen haben, was wir eine Übertragung nennen. Eine ganz harmlose Angelegenheit, die aber auch seitens des Patienten zuweilen aus leidenschaftlichen Ausbrüchen führt. Im Übrigen haben wir unser Berufsethos, und in der Sprechstunde würde so etwas nie vorkommen. Nein, mein lieber Herr, die Symptome, die Sie mir geschildert haben, sind relativ unkompliziert. Ein sich wiederholender Traum, eine kleine Zwangsneurhose, nichts, was nicht in der entsprechenden Zeit zu heilen wäre. Wenn Sie mich wöchentlich drei bis viermal aufsuchen können, werden wir bestimmt in wenigen Jahren eine entscheidende Besserung erzielen. Aber, Herr Doktor, rief der junge Mann verzweifelt, ich kann jeden Augenblick unten aufschlagen. Doch nur im Traum, sagte der Psychiater beruhigend, halten Sie sich das immer klar vor Augen, besonders aber, wenn Sie unten aufprallen. Im Übrigen gehen Sie wieder in Ihr Büro, tun Sie Ihre Arbeit wie gewöhnlich und machen Sie sich möglichst wenig Sorgen. Ich werde es versuchen, sagte der junge Mann. Aber es ist wirklich erstaunlich, Sie sehen genauso aus wie in meinem Traum. Sogar diese kleine Krawattennadel mit der Perle habe ich gesehen. Das Geschenk einer sehr bekannten Dame, erklärte der Psychiater, während er den Besucher lächelnd hinauskomplimentierte, die auch immer vom Fallen träumte. Damit schloss er die Tür hinter dem jungen Mann, der, so melancholisch wie er gekommen, kopfschüttelnd davonging. Der Psychiater setzte sich an seinen Schreibtisch und legte die Fingerspitzen aneinander, wie es Psychiater zu tun pflegen, wenn sie darüber nachsinnen, wie viel ein neuer Patient wert sein mag. Er wurde in seiner Meditation durch seine Sekretärin unterbrochen, die den Kopf zur Tür herein streckte. Miss Memling möchte Sie sprechen, sagte sie. Sie ist für zwei Uhr dreißig angemeldet. Sie möchte hereinkommen, sagte der Psychiater und erhob sich, um die eintretende junge Dame zu begrüßen, die wie eine wild gewordene Maus aussah, der man zu viel Wasserstoff, Superoxid, über den Kopf geschüttet hatte. Sie war schrecklich aufgeregt. Aufgeregt Oh, Herr Doktor, sagte sie, ich musste Sie einfach anrufen, als ich Ihren Namen im Buch sah, wusste ich natürlich sofort, dass Sie das sind. Ich habe nämlich Ihren Namen an der Tür gelesen im Traum, Herr Doktor, im Traum. Wir wollen uns in Ruhe darüber unterhalten, sagte der Seelenarzt, während er sich bemühte, sie in den tiefen Armsässe zu dirigieren. Sie war viel zu zappelig und setzte sich auf die Ecke seines Schreibtisches. Ich weiß ja nicht, ob Sie glauben, dass an Träumen was dran ist, sagte sie, aber dieser Traum war wirklich sehr merkwürdig. Ich träumte, dass ich vor Ihrer Tür stände und da war das Schild mit Ihrem Namen, genau wie in Wirklichkeit. So kam es, dass ich im Telefonbuch nachschlug und wirklich, da stand hier ein Name. Die, da dachte ich, ich muss einfach zu Ihnen gehen. Ja, ich habe geträumt, ich käme in Ihr Sprechzimmer und ich setzte mich hier auf den Schreibtisch, genau wie jetzt, und unterhielt mich mit Ihnen und mit einem Mal, natürlich, ich weiß, es war nur ein Traum, mit einem Mal hatte ich so ein Gefühl. Also wirklich, ich weiß kaum, wie ich Ihnen das beschreiben soll. Mir war, als wären Sie mein Vater und mein großer Bruder und ein junger Mann, den ich mal gekannt habe. Hermann Meyers hieß ja alles in einer Person. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, selbst im Traum, denn ich bin mit einem jungen Mann verlobt, den ich mit meinem ganzen Bewusstsein liebe, und ich glaubte, ich liebe den auch mit meinem Unterbewusstsein. Oh, es ist so gemein von mir! Mein liebes Fräulein, schnurrte der Psychiater, das ist nicht mehr und nicht weniger als das Phänomen der Übertragung, das kann jedem passieren, und meistens passiert es auch. Ja, sagte sie, aber es übertrug mich auf Ihren Schoß und legte meine Arme um Ihren Hals, wissen Sie, so! Nun, nun, brummte der Psychiater sanft, was Sie mir da vorspielen, ist ein neurotischer Impuls. Ich spiele alles, was ich erzähle, sagte sie, darum bin ich auf Gesellschaften so beliebt, das wirkt so belebend, aber dann, Herr Doktor, dann sah er ich zufällig aus dem Fenster, wissen Sie, so! Oh, da ist er! Da war er! Es war Charlie! Oh, haben Sie den schrecklichen Blick gesehen, mit dem er uns ansah, als er vorüberfiel? Das war John Collier, Traumdeutung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017